Der Pängelkoll! Willkommen zu einem anderen Spit-Roast. Heute spit-roastieren wir... ...Vincent. Ich bin Vincent. Wir haben hier die schwierigen Fragen gefragt. Kennst du Rugby? Ja, Rugby. Kennst du Rugby? Das Spiel. Ja, Rugby ist typisch für Ausdrehen, nicht in Deutschland. Doch, doch. Doch, doch. Doch. Deutschland ist eine sehr gute Chance für die nächste Rugby World Cup. Wirklich? Es wird die erste World Cup, die Deutschland in. Was sind deine Gedanken auf das? Wow. Als Deutschland. Das ist interessant. Ja. So, wenn es eine World Cup gibt... ...sometimes, ich liebe die Spiel, aber ich verstehe nicht die Regeln. Niemand verstehe die Regeln. Das ist die Schönheit der Rugby. Die Referee wissen nicht die Regeln. Niemand weiß die Regeln. Das Land, in der ich komme, hat das beste Team in der Welt. Die Allblacks. Die Allblacks. Ja, die Hucka. Die Hucka. Hucka. Ja, das ist das. Ja. 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 Das ist die Hucka. Das ist die Hucka. 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 Das heißt die Hucka. Die Hucka. Die Hucka. Die Hucka. Die Hucka. Let's roll! The Pinnacle!